Willkommen zurück Leute zu einer weiteren Folge Ender the Gungeon. Ich überlege gerade welchen Charakter ich heute übernab nehmen soll. Naja du hast ja eigentlich nur noch die Strafgefangene oder dem Marine Soldat. Ja. Aber das war mein Charakter. Also nehmen wir auch. Ich überlege gerade auch. Nehmen den Benji mit. Was denn? Na sie hat jetzt irgendwie hier nichts stehen. Was irgendwie. Oder doch die Puppe hier unten. Weil er hat ja das Raumschiff bekommen. Die Harfe? Ne die Harfe stand schon immer da. Na ich frage mich immer noch ob ich das überhaupt jetzt wirklich das letzte Mal geschafft habe. Achso. Ob das zählt weil ich für dich gewonnen habe. Ja. Also müssen wir mal schauen. Werden wir sie in den Raumschiff anquatschen. Hat das nicht? Ich weiß eben nicht ob er es geschafft hat noch nicht. Nö. 26 noch. Ja ok. Das ist ja auch der selbe Score wie vorher. Oh. Wir sollten ihn anquatschen. Stimmen. Nicht sein Helm runterschmeißen. Meinen Helm. Bevor du angefangen hast die Grube zu treten. Da hatte ich in den Gedanken hier rauszukommen. Längst aufgegeben. Aber seid ihr denn ganz schön bist weiß ich. Dass ich hier weg muss. Verflucht nochmal. Also egal. Also egal. Was deine Motivation. Motive waren. Viel Dank. Dass du meinen Ehrgeiz wieder angespannt hast. Gott oh Gott. Ich habe in der Akquisitionsabteilung des Ganzen etwas bestellt. Wird sich hoffentlich als nützlich erweisen. Wenn du das Ding dort unten findest. Kannst du es ruhig benutzen. Hast ja sowieso keinen Respekt vor anderen Leuten. Leute Eigentum. Jetzt. Waaaaaaat. Ha 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 ha. Diesmal nicht. Vergiss es. Ha 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 ha. Ok. 1 zu 0 für ihn. 1 zu 0 für ihn. Ok. Wir haben seinen Schützeilm freigeschalten. Und wir können wieder irgendwas kaufen. 14 Stück. Einmal 8. Einmal 6. Oh ja. Dann passt es doch. Na perfekt. Forschungskanone freigeschaltet. Und? Was ist das andere? Da. Glasschneider oder sowas war das. Erzähl. Forschungskanone. Ach Gras-Schnitter. Gras-Schnitter. Ok. Dann los. Dein treuer Apfel folgt dir. Nix mit Glasschneider. Ja. Ich habe ja gesagt mit meiner lila Kutte da war ich echt gut. Hab ich dir voll den Run gerettet. Da am Block. Ich muss ihn glaube ich noch ein bisschen leiser machen so wie es gerade ja läuft. Hui. Ja du hast mich damit gerade vollkommen aus dem Konzept gebracht. Du hast die Fernbedienung irgendwo bei dir. Da ist ein Geist. Achtung. Ich renne. So geht oder? Ja. Ja. Wie gesagt. Sorry fürs Treffen. Lassen. Treffen. Lassen. Oh wieso. Hab's ganz. Äh. Wie kommt das du so gut treffen würdest? Du bist immer mal nach unten gerannt. Ich muss zu meinem ausweichen. Ja. Damit musst du umgehen können. Mit deiner Unfähigkeit? Ne. Mit verrückten Räumen. Uiuiui. Toll der lohnt sich hier einen Molotow zu werfen. Ja. Also hier spawnt noch was. Aber ich glaube mal nicht dass hier noch was spawnt oder? Das ist ein großer Raum. Doch kein großer Raum. Da ist kleineren Tisch um. Da kannst du mal reinschmeißen glaube ich. Sehr gut. Also durchrennen. Ja. Ah doch. Sind jetzt an. Komm zu mir. Sehr gut. So. So was von effektiv. Das hätt ich uns ja ganz zugetraut. Nochmal. Ja. Hier kommen doch immer drei Wellen von denen. Da ist schon mal der Shop. Gut. Wir haben noch keine Schlüssel gefunden. Damit haben wir jetzt hier schon mal einem Angebot. Genau. Das Fernrohr war genaueres schießen. Ja. Und die Dornerbüchse. Wahrscheinlichkeit. Unwahrscheinlich. Okay. Also weil oben gleich der Raum drüber ist. Ja okay. Also das heißt Geheimraum muss wirklich ein gerader Gang sein. Da kann nicht irgendwie so ein abgeknickter sein. Haben wir noch nicht gehabt. Okay. Ja. Ich habe uns mal gerettet. Ich habe genauso dagegen getreten. Hast du gar nicht. Nur kurze Beine. Sagst du zu dem Apfel ja. Dass du kurze Beine hast. Verdammt cooles Kostüm. Hallo. Da war ja dumm. Ja. Du warst ja unfähig. Achso. Stimmt. Ich wollte gerade sagen. Nicht einsammeln aber. Ne ne. Du hast schon richtig das erkannt. Achso. Stimmt. Du bist unfähig. Achso. Du hast schon richtig das erkannt. Du bist unfähig. Äh. Okay. Das war gar nicht. Ich habe jetzt überlegt ob ich sie gleich aufmache. Aber man könnte vielleicht auch noch mal die extraebene machen. Klasse. Na. Wir laufen. Weil du schon so gut vorgelaufen bist. Ja. Spezialraum. Wenn man immer drauf achtet. Einmal erzählt. Äh. Damit. Schreien der Waffengötter. Zehn Münzenopfern. Ich muss mal überlegen was da passiert ist. Könnte ich dir gerade auf einem nicht mal sagen. Ja. Schalt auch nicht. Keine Ahnung. Das war ja stark. Das war ja stark. Das ist mein Getötetion oder so. Uiuiuiui. Für Leben oder so? Uiuiui. Zwei mal getroffen? Einmal. Oder vor uns einmal. Ja. sah nur so doppelt aus. Weil die Bombe dann noch gleich explodiert ist. Ja. Du zahlst ja zehn Münzen. Für was? Für Muni vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Das wäre aber dann günstig. Du hast ja auch noch den Einschreien wo du. HP für aber für alle Waffen Munitionen gibst. Kannst dir gerade ich nicht sagen. Zehn Münzen. Für was würde man zehn Münzen geben? Eine volle Waffe. Das kann schon sein. Aber es wäre dann schon recht günstig. Wäre es auf jeden Fall. Aber. So ein Schreien muss ja auch was bringen. Bin ich der Meinung. Warum? Der eine macht ja auch so mehr Zufall. So von wegen. Ja gut. Der hat ja auch einen W20 Würfel oder so. Da habe ich schon einen Zufall erwartet. Nicht mal irgendwie hier anschießen? Kiste? Danke. Keine Mimik mehr gehabt. Ist keine. Also man sieht das eigentlich wenn die atmet. Und sobald ich los schieße im Raum rennt ich übrigens los. Achso? Ja. Also die hätte uns schon umgebracht. Dreimal. Achso. Na dann. Dann ist ja alles gut. Also mit dreimal umgebracht worden sein. Dann kann ich nicht leben. Ja ist ja süß. Aber sonst was gedacht was jetzt spawnt oder? So. Geradeaus durchschauen. Ja. Das ist ja der letzte Gang. Wir sind ganz gut unterwegs in der ersten Ebene hier. Ja. Und da ist jetzt direkt das Wasserfass. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht angeschossen wird. Wo ist denn? Da oben. Jetzt so richtig sagen müssen. Da. Ja genau da wo er jetzt getroffen hat. Ich hatte echt kurz Angst gehabt. Ich hatte echt kurz Angst gehabt. So. Na gut. Das ist natürlich echt ideal. Ich frage ob du das den Einschlüsse kaufen willst und zumindest irgendwie eine Truhe aufmachen. Denke schon ja. Oh die doch noch Büchse kaufen. So. Vielleicht beim Shop. War die gut. Die war so aufladend. Ja. Zielfernrohr. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Gut. Vielleicht mehr Schrottflinde wenn dann die Streuung kleiner wird. Ja. Hab ich mir auch gerade so überlegt. Ich nehme es mal um es einfach mal zu testen. Ja und dann verschießt die Kisten und schmeißen wir hier den Typen rein. Vielleicht haben wir Glück und du kriegst noch irgendwie ein Herz daraus oder sowas. Ja oder halt ein Schlüssel. Oder ein Schlüssel. Okay. Müll. Müll nummer eins. Müll nummer. Nein. Buch wegschmeißen. Das Item kommt raus. Es explodiert. So. Dann gib dein Müll kurz ab oder? Gib mein Müll kurz ab. Ja. Mensch. Ganze drei. Na und dann zum Boss. Bin gespannt. Ich auch. Ich hoffe man kann ihn anzünden. Kann man nicht. Man kann ihn nicht anzünden. Du. Hast Spaß. Oh Gott. Na ich habe gleich den Kleinen erst mal getönet. Weil das ist der. Wuhu. Alles gut. Ich war auch übelst panisch gerade. Ist echt nicht schlecht. Muss ich sagen. Rennst du. Danke. Ja wir rennen. Wir rennen. Okay wir rennen wirklich. Sorry. Damit konnte ich jetzt gerade echt nicht mehr umgehen. Ein Blank hast du noch. Nicht vergessen. Ein Blank. Danke. Ein Blank. Ein guter Blank. Das ist das beste was es gibt auf der Welt. Nein. Synchron schreien. Ja. Wurdest du auch getroffen oder was? Scheiße. Ich habe gedacht ich kann in der Ecke irgendwie noch mit coolem Movement überzeugen. Konnte ich aber nicht. Habe getötet. Ah. Das war schon wieder bitter ey. Wurdest zweimal getroffen. Das ist ja echt peinlich. Ein 50er. Alter. Schlecht. Dann nimm du die. Dann. Nimm das andere Herz. Das brauchst du gar nicht. Ne. Sehr gut. Oh. Oh. Geld aufheben oder? Ne. Jetzt kann man Schlüssel kaufen. Achso. Stimmt. 25. Donnerbüchse. Ne. Wird ich nicht holen. Ah. Ist halt auch wieder dieses so. Ziele besser. Achso. Für dich jetzt. Okay. Dann kostet noch 35. Ja. Jetzt wenn wir einmal so viel Geld bekommen haben. Ja. Längst haben wir ja leider keine mehr. Die haben wir gut genutzt. Wolltest du dich auch machen oder was? Ich hab grad gewundert warum äh. Warum wir nur zwei Schlüssel hatten. Aber da hat sie das eine Schloss schon geöffnet. Achso. Ich hab da gerade einen Schlüssel gekauft. Und jetzt sind es immer noch zwei Schlüssel erst. Also irgendwie. Können wir ein Muni bekommen. Gab noch gar keine. Ja. Das stimmt. Das ist doch. Das ist echt gut. Also. Muss ich schon mal sagen. Die. Zielt übelst gut. Ich hatte ihn. Ja. Wir haben es ja mal gesagt. Du musst einfach mit dem Spiel reden. Ja. Die Karte ist wieder mal verpackt. Warum? Verstehe ich nicht. Oh gut. Was denn? Da konnte ich gar nichts mal schießen. Ja. Ich musste mich noch mal ein bisschen konzentrieren. Deswegen war ich gerade so ruhig. Ja. Ist ja gut. Ich musste nicht auf die Karte gucken. Können sich gleich mal aufs Spiel. Ja nicht doch. Dann ist ja schön. Hup. Da wollte ich gar nicht hin schießen. Ja. Da trifft echt jeder Schuss. Das ist ja mal Wahnsinn. Huiuiuiui. Ich fahr doch mal neben mir auf. Hallo Schafschütze. Hallo du dämliches Vogel wieder rum. Huiuiui. Ich glaube ich habe sie. Ja. Huiuiui. Das hast du gesehen. Ne. Du nimmst. Warum? Warum nicht. Ja. Falls du dich hochheilen musst. Viel wichtiger. Nö. Also ich kriege ja keinen Schaden. Nö. 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 Das ist ja Quatsch. Hui. Duel Pistole. Duel Pistole. Ha. Bin ich ein Meister drin. Jetzt verwirrt ja gar nicht mehr der Bilden Karte Mensch. Nö oder? Achtung Achtung. Mir schaden ich Wende. Wir müssen ja gar nicht durch. Doch müssen wir. Na vielleicht ist ein Rundkurs. Ich bin dafür erstmal woanders lang zu gehen. Soll ich geh ein Rundkurs sein. Aber gut. Gehen wir erstmal woanders lang. Vielleicht kriegen wir auch irgendwas cooles wo man. Und sterbe für immer. Ausschalten kann. Ey. Und sterbe für immer. Die Typen hasse ey. Mit seinem Schnellschluss oder draus? Ja. Ich diese Waffe hasse. Welche denn? Die hier. Deine? Oder Knari? Warum denn? Ja. Ich schieße auf einen Typen und die biegen immer kurz vorher ab. Eine andere Mission. Ja ja. Die ich auf die Zettel geschrieben habe. Die du dort faltest. Die du dort faltest. Ich bin tatsächlich noch rechtzeitig weggesprungen. Alles gut. Du brauchst's mehr. Sicher? Vor dem Feuer oder was meinst du jetzt? Oder vor der Explosion? Vor der Explosion. Ich brauche halt nicht mehr so viele Schüsse weil ich halt einfach mal kille. Oder eher mehr Treffer. Ja. Mission erfüllt doch nicht. So. Aber die Räume sind echt. Da ist doch ein Rundkurs. Wenn man Glück hat. Das. Oh. Die Kiste. Okay. Warte mal. Ah ne. Kann nicht sein. Da auch nicht. Gut. Oh. Alles klar. Blank. Nimm dir. Blank. Aber geht's nicht nach oben weiter. Na ja. Vielleicht nach rechts sind wir nach oben. Kann's ja auch sein. Also das ist ein riesiger Raum. Oh. Schlimm. Muss ich mal echt kurz ruhig sein. Du hältst dich wacker. Oh. Mein. Jetzt wurde ich doch mal getroffen. Oh. Dein Schuss abgefangen. Ne. Ich wurde trotzdem getroffen. Ehrlich? Sorry. Gott. Ich dachte mein movement ist ziemlich krass. Ich glaube jetzt irgendwo ein Verstärker im Raum. Nö. Also in so einem Abstreifen da hier. Ah. Also komisch gelenkte Schüsse macht. Also es wäre ein riesiger Raum auf jeden Fall gewesen. Die kam aus allen Ecken. Hätten uns vielleicht ein bisschen mehr bewegen sollen. Oh. Das wurde nicht schlecht. So. Die nächste Muni ist meine. Alles klar. Vielleicht. Ja. Könnte es aber sein. Ne. Zwei. Grüne Kisten. Alter. Wir drehen es im Reis und du brauchst deinen Molle doch. Irgendwohin. Habe ich wieder getroffen ey. Das ist peinlich. Obwohl es in dem Raum ja fast nicht mal peinlich ist. So ich renne zu dir. Alter. Leer. Leer. Leer bist du oder? Leer bist du ja. Das ist doch ein Grundkurs. Wie stark. Ja. Das ist doch ein Grundkurs. Ja. Vorbeizielen. Muss ich mal sagen. Sehr gut. So gut das der gleich gestorben ist. Okay. The boss. Nach links. 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 Genau. Habs doch. Na mit. Wirklich. Ah. Alles klar. Irgendwas. Ja. Einfach nur ne. Braune Kiste. Ja. Und hier ist das. Symbol. Okay. Waren wir schon im Shop? Sag mal. Ja. Links. 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 Ist das verwirrend ey. Ist das klar. Kannst du jetzt schon mitnehmen? Danach ne. Guck mal. Warte mal. Ja. Jetzt haben wir gleich. Hier ist der Mittelpunkt. Wenn du ein Stück da unten läufst. So. Legt die Karte übereinander. Jetzt. Hoh. Bleib so. Jetzt ist es nicht mehr verwirrend. Ah. Eher noch verwirrend. Ja. Ne grüne kannst du auch machen oder? Ich denke auch. Welche? Die dort. Okay. Oder deine. Ja. Na klar. Du weißt wie es. Also du weißt wie gut sie ist eigentlich. Ja. Sie ist gut. Aber. Ich werde damit gar nicht sterben. Mal kurz das Herz holen. Achso. Ich dachte du wolltest gucken was es so cooles im Shop gibt. Achso das machen wir auch klein. Danach. Okay. Nehm das nicht mit. Auch schon wie auch beide wieder nach oben gerannt sind. Weißt du. Au io ioi. Wir nehmen das nicht mit. Wie. Ein.. Ein Glück hat mir das Herz gehört. Wie ich halt wirklich. Reingedotscht bin. Muni. oder beides oder beides und die wache und helles herz los risikofreutig na ja wir müssen jetzt die zweite kiste muss eine ordentliche waffe drin sein sie um die kiste ok das macht ja keine ahnung was freigeschalten treuer begleiter hat jahre auf die rückkehr sein sein herrin gewartet hat der jägerin vor langer zeit gesellschaft geleistet wurde durch den riss im zeitfluss mit seiner herrin wieder vereint du bist also seine herrin da war sie genau dasselbe machen die strafgefangene halten eine strafgefangene mit einem wolf ist schon cool die frage nimmt man die hat mehr bums bestimmt garantiert okay an sich bekanntes bewegungsmuster sehr gut was soll ja bekanntes bewegungsmuster ganz ehrlich sagen warum ich so dumm bin dazu hat sie vielleicht vor mit der elenwaffe hin zu rennen ich habe ihn ich habe ihn ja kurz angezündet oder durch zurück gedrückt damit habe ich auch gerechnet und dann kamen seine schuss welle ich bin über die drüber gedutscht und genau den nächsten schuss rein macht er dann kommen wir zurück aber nicht alle ok greift er an der wolf da rennt da hin ja der rennt hin irgendwie der scheißer oh nein was wird er größer er ist gerade irgendwie gefühlt größer geworden warum er immer er steht im gegner haus ist es wirklich schaden macht wenn wir dem scheiße hast du so viele blinks du bist doch aber ich bin halt auch klein tot ach so das ging ja nicht ja ganz vergessen was fällt denn da die ganze zeit hörst du das ja hat ihn gefressen sagt er dass er ein gegner ist ne kannst du nicht sagen wir kriegen auf jeden fall nochmal zwei schüsse was recht cool ist der planet das leichen explodieren ach du hast dein item gar nicht ich habe es verloren wo gut denn das ach so du hast die zwei waffen rausgeworfen ja uncool wer hat das schild das schild das schild das schild wer hat geröpst so die leise so ein leichen Pups stimmt wir haben da noch eine Kiste sind wir überhaupt richtig ja äh äh nein nein der ist mir nach links doch ich weiß nicht ob das an der Ebene liegt Mann das hat's ja gelohnt naja bestimmt irgendwann ein Erfolg dass die hier so übelst viele Kisten aufgemacht hat so dann meinst du ach ich hab sowieso ach ne du hast ja noch einen aber naja du wirst ihn sowieso nicht einsetzen dann gehen wir auch souveräne in die nächste Ebene also es war ja gar nicht knapp meine Runs die werden immer besser ja finde ich auch kein Geheimraum übrigens ne vielleicht zeigt der Wolf ja auch noch Geheimräume an das wäre der Hammer wir mussten unserem Typen in der zweiten oder dritten Ebene was geben der zweiten also der hier und der hier und das 120 ja und drei Schlüssel ja also machbar ist es denke ich so knapp also ich hab schon nicht gesehen was er macht aber es gab viel Geld in dem Raum ja kann er ruhig weitermachen ja doch fallen auch noch so können wir mal kurz warten aber er macht schaden ja ja ok er prügel die scheiße aus dem Gegner du hast geblankt ja wieder mal zu hart alle Tasten gedrückt ja ich will gucken ob hier der Geheimraum ist man man uiuiui und was hast du jetzt von der Ausrede ich hab nicht erwartet dass er so ein Gegner ist schaden bekommen hab ich hab ich ja du hast den schaden wieder geleuchtet ja hier kannst du den Muni holen mach ich ich muss nämlich oder ich darf keinen Schaden bekommen ne der war weg der war weg der auf Achtung ich will nicht in deine Richtung fliegen ordentlich du Arsch was hinter doch einfach das Herz was zerlegt sorry ja übelts hin gerannt und übelts aber zeigen ach sorry ich hab's nicht gesehen Mensch wo ist das wo ist das Wintersverwehr das ist natürlich top das ist kein schlechtes das ist nicht ganzes Hexer Gewehr aber kommt nah ran finde ich schießt auch durch oder so ne ja das ist aber wichtig das war wichtig gleich mal weggeschossen ist er tot ja das ist soweit geflogen also mit dem Gewehr oh der König der König der Fönig König gibt mir eine Aufgabe mit nichts zu verstehen ohne Ausweichrolle ja ohne Ausweichrolle also auch nicht rein rollen für 18 ist ja ok denke ich ja oder dann das will ich hier wieder meine Ori Knarri und auf geht's breit aus Molotov nicht vergessen sehr gut schöne Aufgabe der Raum war in Ordnung dafür stimmt Kolumn gib mir was 50 ah ne Mehrzweckgürtel sehr nice der ist wirklich gut was solltest du sagen Arsch ne wer hat gerülpst uuuuuh aaaah alte Glocke du hast recht Aktiv alte hält kurz die Zeit an das ist der Hammer ist es naja da ist sogar ein rum und dann mach für dich in Abgrund gesprungen ähm warum ist das der Hammer naja ich kann hinretten und den Gegner übes mit dem Desintegrator bearbeiten mal testen wie lange das hält kann man machen äh so weißt du was ich meine war jetzt natürlich nicht der perfekte Test wie lange es hält aber ich weiß was du meinst so ich werde schon nebengeschafft boah das war peinlich warum sagst du das so oft in diesem Run Hä warum sagst du das so oft in diesem Run weil ich irgendwie erstmal wieder reinkommen muss ich bin erstmal bei meinem Run wieder gut aber haben wir trotzdem ah nee wir haben unser Geld trotzdem zurückbekommen ist ja lustig das stimmt hier die Kiste Amboss ja schießt Ambosse ne Kisten oder Ambosse Ambosse uh das ist wieder das ja wir haben ein Kindschlüsse mehr gibt es alle verbraucht die gibt es achso wir haben den ja eine kann man bei dir steht der irgendwo so viele Fragen weil er hat immer dasselbe also musst du denn da irgendwie ja ausbauen können vielleicht muss er einfach so was bei ihm kaufen das kann auch sein ok kannst du abgeben stimmt wir haben es geschafft hab ich das nicht gedacht oder nicht reingehen ja naja wir haben es schon einmal gemacht oder ich ja haben wir noch zwei Kisten haben wir wir haben den Job na gut einen Boss können wir machen richtig für irgendwas um zu sterben obwohl der zweite Boss meist schöner ist als der erste dann ist man zumindest ein bisschen ausgerüstet huh er lebt noch und die werden auch noch welche stehen kann man mit runter oder was wartest du ja ich hab schon gedacht dass der Schuss mich erst mal trifft der mit dich bestimmt war ja eh nur noch was ist denn das wir spielen ein Schlüssel weil wenn wir es noch einkaufen keine ahnung beziehungsweise ist das immer noch das Winchester gewesen wäre falls du das holen willst hast du auch mit einem recht Winchester aber wir haben jetzt das Ei an sich an Waffen schon so viel bekommen ja das stimmt oh man schießen zu mir kann damit umgehen der Hund ich weiß jetzt nicht ob er Wolf nicht Hund ob es positiv ist leer ok huch nicht so viel huiii der war schnell unterwegs ich hab übrigens noch was vergessen im Büro oh und dann schon mal was was testen eigentlich ja stimmt man kann leere Waffen werfen denn origani ja origani meine ich so dann lass nochmal zum shop schauen ok wenn es vielleicht zwei Schlüssel gibt könnte man das ja machen zwei Schlüssel es gibt sogar zwei Schlüssel aber dann kannst du dir die Winchester nicht mehr holen Winchester hab ich hab halt nicht so hab ich was für einen Boss noch nicht so richtig ich weiß nicht wieviel Schaden das Ding macht bin ich ganz ehrlich aber ich glaube es hat einfach nur weggedrückt übelst ja es lädt halt übelst lange auf naja dann aha was wohl na man hätte auch zwei was bei ihm holen können müssen laufen leider die Karte hat sich auch wieder erholt also scheint es im Back zu sein von dann lass doch erstmal zum Boss gehen oder die erstmal kurz machen vielleicht gibt er ja noch Schlüssel oder tropft der Schlüssel so du machst die Glocke dann am Anfang gleich am Anfang ja doch das macht Sinn mach ich alles klar alles klar dann mach okay siehst du gleich auf ich habe übrigens keine Blanks ja weiß nur so sagen alles gut also so lange du klarkommst ja ja freut mich das versuche es einfach erstmal ein bisschen bei mir zu bleiben uja sehr gut ja hätte ich sonst wahrscheinlich getroffen du kannst dann gleich für die Glocke ja sollte ich dir grad sagen auch noch nicht fertig ihn kannst du uns auch anzünden ja ja aber wenn ich die Glocke vorn hab oh Gott oh Gott ja hab ich das noch gezogen fuck ey ich hab auch meine Rüttung liegen lassen ach jetzt hab ich mich nochmal treffen lassen am Ende war es dumm aber gut jetzt war sowieso schon wieder durch mal wieder ach die Flammenhand schönes rumgespamen ja da ist ja wirklich kein einziger Teleporter auf den Weg 22 der Schlüssel war 30 naja vielleicht haben wir Glück und kriegen im Geheimraum irgendwie Geld das hat er noch gehabt das buch das ist aber recht sinnlos weil dann müssen wir die kisten zerschießen genau herzcontainer halt so jetzt müssen wir praktisch jeden raum ablaufen oder nochmal abgucken halt irgendwo steht und das wieder zugehen und schnell rein rein oder was ja und dir hackt den kopf ab ja gut die räume hat man schon überprüft bin halt gespannt ob das wirklich auf jeder ebene jetzt ist auswählen hat man interessant steht nix rum steht auch keiner rum ist auch keiner der winkt und zeigt dann ruft hier wird es nicht sein oder im shop so im shop ja was kann sein das ging bock oder ich hab dich rennen sehen doch mir das reicht vollkommen aus bist du ja immer noch er ist ja wieder nicht fallen achtung heute gott zwar knapp hier ist keiner keiner der winkt nach winkt hier jemand also ich hoffe dass es auch nachträglich noch kommt es wäre irgendwie doof wenn ich weiß es nicht ja voll der weg block für mich selber ja also ach wir haben doch schon drin aber er ist da aber erst da stimmt doch das wollte man doch mal wissen wirst du hin zum boss ah ne stimmt ja an sich die megawand welche über ebene machen zurück teleportieren können aber an der richtung dann willst du dann lieber das zeit anhalten haben eigentlich weil ich also mal einsetzen wenn ich brauche es wäre eigentlich cooler ja naja einmal das und dann ist halt dieses leichen explodieren tötet uns nur selber dann lass das so machen na dann ja perfekt die hand wollte ich hand gottes ich muss mir erst mal ein kurzes abteil der waren waffen hört man die waffe kurz ausprobieren ja die war nicht schlecht trifft halt mehrfach das ist ja durchgehend ja also immer wieder wenn die auf gegner trifft weil die schiebte die gegner zurück und trifft wieder den gegner ist eigentlich auch nicht so dumm wenn sie wollen hättet sehr gut wird es mir mal nehmen dann lass mich mal bitte die hier rausschmeißen na klar selbes problem weil dann schmeiße ich auf jeden fall die glocke und den des integrator raus das ding heißt ja gar nicht das in den krater oder alien antrieb das in den krater war ja die coole waffe alter zwei champions ja der hat dich auch getroffen ja so ein kleiner ne der champion ich wollte dann doch nochmal schnell wieder die richtung wechseln und zu dir kommen nix mehr zaubern 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 ist vorbei da dann nehmen wir mein zeug mit bitte das und das gut oh man es tut mir echt leid für die leistung die ich hier aktuell erbringe welche leistung deswegen ja achso ist ja lustig deine schrot nicht ne das ja ok das ist eigentlich echt gut ne stund an oh gott das sind ja ziel suchend das wusste ich grad nicht ich kann mein bestes geben hat ich funktioniert er tat ziemlich geil also zumindest so zum raum klären aber dort nicht rein Achtung da freut dich und er hat es kaputt gebissen war lecker wir sollten vielleicht gleich mal drauf achten wo hier jemand tanzt an der wand auch schon wieder ein champion irgendwas hat uns gekostet so eine kiste da bin ich also war auch das eine mal sehr komisch witzig welcher anders wo du nicht wieder geboren werden könnte es war halt auch letzte ebene in die kiste zerschossen und dann kommt ja komischerweise wieder geboren werden dass man wieder meine wapera suchen da ist er 36 schuss noch ja okay ruhig naja naja lass das doch mal machen gut toter geist so shop können wir gerne machen 45 münzen wir haben echt viel ja ich würde das ich würde so gern die boots haben wollen weißt du wie schnell ich dann alles killen würde bullet time winchester noch ein winchester also die boots wären das echter hammer glaube ich ach so die schüsse gehen gleich los das ist schon geil also die kombination finde ich das war glaube ich auch ein raum wo ich es echt gelohnt hatte das war nicht einfach mal jeden alles klar der kund war noch unterwegs ja war noch irgendwas totgegrissen ist halt lustig dass das auch Stunt ne ja meine rakete oder naja rakete kannst du dann schnell uiuiui so warum lässt du dich von so einem treffen hab ich dich berührt ja ja ich bin doch extra drüber gesprungen naja 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 das ist ja irgendwie nicht der plan ich darf nur so hell kurz antfinden und wieder weg meine waffe geworfen weißt du alles klar die scheint alle zu sein ähhhhh ne ne ja machen wir die leer ich bin doch nach oben ausgewischen ne du bist eigentlich direkt rein gerannt ich ja also ich bin dort vorbei gerannt du warst ne sekunde später erwischt 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 da müssen wir sowieso lang pass auf die gräber auf die haben voll deine tomatenform ja apfelform da so naja ne kichte komm ich da drüber ja ein schild na mensch ja lohnt nicht wirklich aber also nicht für ein blank zumindest ist wie so ein halbes herz da wir wissen wo die geheimräume sind zumindest so halbwegs ähh 30 schuss fallen raum naja dann lass lieber die kiste erstmal holen also ich kann die zeit anhalten dann können wir da in Ruhe rüber hast du das oder was gerade ja kannst du gerne machen obwohl vielleicht naja mit der falle in der mitte schafft man das ich bin der meinung wir können das eigentlich noch so schaffen wir können das eigentlich auch so schaffen ja warte wenn wir in Kontrolle nicht mehr oder wieder normal schlafen würde schaffe ich den sprung nach oben ich habe mal alles freigeblankt sehr gut mhm und dann beim Boss na dann hm shop schlüssel gab es da was es gab keine ahnung gute frage wahrscheinlich 35 lohnt sich schon 90 ist zu teuer meiner meinung nach oh 91 bullet time hm das war auch beim getroffen werden oder so ein scheiß na ich glaube ja holen wir uns lieber die kiste vielleicht haben wir ja Glück und haben ein passives drin mal schildi oder sowas naja rotorenrucksack den hat sie da auch letztens ja naja schön sein dann halt und auf geht's der ist sehr gut gewesen weil ich denke besser als die hand ist er also ich denke schon weil er jetzt dauerhaft schaden macht oder also du machst halt jetzt permanent schaden ja gut ich guck mal ob ich ihn anzünden kann du musst wie gesagt du musst sagen weil ich die glocke läuten soll ja klar am anfang wahrscheinlich ne dann lass das mal ein stück hoch hin oder Achtung ja gut das war jetzt irgendwie gut ja das stimmt und hat jetzt nicht so äh dran gedacht ja das scheint auch nicht so viel gut schaden zu machen oh doch ich hab mal kurz geplankt ich glaub das war in deinem Sinne das war ein schlecht ja hat mir gefallen oh sorry ich komm zu dir alles gut Alter das gibt's doch echt nicht wo ist vielleicht doch nicht zu ihm gehen sollen wenn wir einmal hier unten waren hat man keine Wahl ja aber eventuell solltest du die Glocke auch sammeln wenn du nichts mehr dran vorbeikommst könnte man ihn anzünden eigentlich? hat er irgendwie nicht das Gefühl ist aber auch schon ganz schöner aus oh das trifft mich irgendwie jedes mal das ist einer seiner coolen Moves kam mir beim ersten mal auch viel leichter vor oh was hatten wir denn da Stinger oder so ein Scheiß Stinger glaub ich ja da muss ich alles erwischt hmmm mal wieder ne ich glaub den schaff ich nicht schöner Move ja er ist zu nah er ist zu nah er ist zu nah er ist zu nah war nett ich versuch mein best nein die hab ich nicht gesehen die war irgendwie kurz hinter dir und dann kam sie vor dir wieder vor oder hinter dir wieder vor und deswegen hat es mich dann erwischt ja sorry nee konntest du jetzt nichts dafür scheiße naja es war trotzdem 40 Minuten das ist so die optimale Länge denke ich also so eine Stunde das guckt doch keiner ja das hast du recht hast du recht von daher Leute schönen Tag euch noch ciao tschau tschau tschau